Grüß Gott, liebe Freunde meines Stammtischs, meiner Besucher, meiner Gesprächsgäste. Heute kann ich Ihnen eine ganz tolle Frau als Stammtischfreundin ankündigen, die ich ja seit Jahrzehnten kenne, die Sie aber auch alle kennen. Sie meinen, die heißt Mutter Beimer, sie heißt aber Marie-Louise Marian, ist eine enorm vielzeitige Schauspielerin, die noch ganz viel in ihrem Leben vorhat.